Die 10 stärksten Affirmationen aller Zeiten Ich weiß, das klingt wie eine prahlerische Behauptung. Affirmationen sind subjektiv. Verschiedene Menschen gehen mit einigen mehr in Resonanz als mit anderen. Nach unserer Erfahrung haben wir einige Affirmationen identifiziert, die mehr mit unseren Zuhörern resonieren als andere. Das ist also die Liste, die wir hier mit Euch teilen wollen. Ich werde jede einzelne Affirmation durchgehen und Dich bitten, sie jeweils dreimal für Dich selbst zu wiederholen. Und da diese Affirmationen so kraftvoll sind, ermutige ich Dich, sie jeden Tag zu hören, mindestens 21 Tage lang, was oft die Zeitspanne ist, die die Experten angeben, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Die folgenden Affirmationen umfassen sehr wichtige Aspekte des Lebens und sind so formuliert, dass sie Dir helfen, diese Aspekte in Deinem Leben zum Erblühen zu bringen. Eines der mächtigsten Gefühle für Manifestation ist Dankbarkeit. Wenn Du in einem Gefühl der Dankbarkeit für eine bestimmte Zeit verweilen kannst, ist es das, was Du in Dein Leben ziehen wirst, mehr, wofür Du dankbar sein kannst. Dann fangen wir an. Atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Versuche Dir während der ganzen Zeit, Dir Deines Atems bewusst zu bleiben. Sprich mir also nach. Ich bin dankbar für die vielen Segnungen in meinem Leben. Ich bin dankbar für die vielen Segnungen in meinem Leben. Ich bin dankbar für die vielen Segnungen in meinem Leben. Heute suche und schätze ich das Positive in meinem Leben. Heute suche und schätze ich das Positive in meinem Leben. Heute suche und schätze ich das Positive in meinem Leben. Ich heiße Freude in meinem Leben willkommen. Ich heiße Freude in meinem Leben willkommen. Ich bin im Einklang mit der reichhaltigen Natur des Universums. Ich bin im Einklang mit der reichhaltigen Natur des Universums. Ich bin im Einklang mit der reichhaltigen Natur des Universums. Geld kommt auf erwartete und unerwartete Weise zu mir. Geld kommt auf erwartete und unerwartete Weise zu mir. Mein Körper weiß, was das Beste für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden ist. Mein Körper weiß, was das Beste für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden ist. Mein Körper weiß, was das Beste für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden ist. Ich ziehe die perfekten Menschen zur richtigen Zeit an. Ich ziehe die perfekten Menschen zur richtigen Zeit an. Ich ziehe die perfekten Menschen zur richtigen Zeit an. Ich bin glücklich und erfolgreich. 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 Ich bin glücklich und glücklich und glücklich. Ich bin glücklich und glücklich und glücklich und glücklich. Ich bin glücklich und glücklich und glücklich. Ich bin glücklich und glücklich und glücklich. Ich bin glücklich und glücklich und glücklich und glücklich. Ich bin wundervoll. Ich bin wundervoll. Nun atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Das waren sie, die zehn kraftvollsten Affirmationen aller Zeiten, unserer bescheidenen Meinung nach und basierend auf dem Berg der Rückmeldungen, die wir von unseren Abonnenten erhalten haben. Wir hoffen, dass diese Auswahl bei dir genauso viel Anklang gefunden hat wie bei uns. Und noch einmal, um die Kraft dieser Aussagen wirklich zu nutzen, sage sie jeden Tag, drei Wochen lang oder länger oder solange, wie es dir gut tut und Spaß macht. Denn das Allerwichtigste bei diesen Affirmationen ist, dass du sie mit Leichtigkeit und Freude angehen kannst. Dann haben sie den größten Effekt. Wenn dir die Affirmationen gefallen haben, gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns. Alles Gute! parem wurde auf! Dass sie mit Leichtigkeit und Freude angehen können.